Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juli 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff-Selbersteinbock. Partnerschaftsthemen stehen für euch weiterhin im Mittelpunkt. Die beiden Finsternisse vom Juli fallen in eurem Sonnenhoroskop in den Partnerschaftsbereich. Das ist eine Chance für einen Neuanfang oder auch für einen Schlusspunkt. Falls ihr deshalb oder auch in einem anderen Anliegen Beratungsbedarf habt, bin ich gern für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal mein Lilith-Buch zu gewinnen, denn es ist jetzt in der neuen und überarbeiteten Taschenbuchauflage, dritte Auflage erschienen und eins der neuen Bücher mit einer persönlichen Widmung drin, verlose ich in diesem Monat. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt schauen wir in eure Sterne für den Juli. Den Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop und das gibt es als Video und ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Für euch ist das besonders wichtig, denn Saturn und Pluto stehen in eurem Zeichen und bewegen sich nur sehr langsam. Das sind ganz wichtige und übergreifende Themen. Schaut euch dazu gegebenenfalls auch noch mal mein Special über Saturn im Steinbock an. Der Monat beginnt mit der Sonne in eurem Partnerhaus und sie bildet in den ersten zehn Tagen des Monats sehr schöne Aspekte, die viel Harmonie in der Begegnung und auch in euren Freundschaften anzeigen. Wenn ihr Single seid, sind das sehr vielversprechende Konstellationen für neue Begegnungen. Steinböcke in fester Beziehung haben wahrscheinlich so einiges mit ihrem Schatz zu besprechen und zwischen dem 3. und dem 7. Juli müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht in einen Streit hineingeratet. Dabei kann es ums Geld gehen, zum Beispiel weil ihr verschiedener Meinung darüber seid, wie viel Geld ihr für ein gemeinsames Vorhaben ausgeben wollt. Wenn ihr euch da nicht einig werdet, kann sich die Auseinandersetzung zur Mondfinsternis am 27. Juli zuspitzen. Wenn ihr in den ersten Tagen des Steinbock-Zeichens Geburtstag habt, könnte es Sorgen um ein krankes Familienmitglied geben. Das zeigt Chiron an, der im Haus der Familie steht. Schaut euch dazu gegebenenfalls bitte auch noch mal mein Special über Chiron im Widder an. Der Mars steht jetzt im Wassermann und ist rückläufig geworden. Das ist bei euch im Geldhaus. Da müsst ihr durchaus aufpassen, dass es nicht bei euren Finanzen unklare oder rückwärts gerichtete Entwicklungen gibt oder ihr verliehenes Geld nicht zurückbekommt. Und es ist ganz wichtig, dass ihr bei finanziellen Angelegenheiten dranbleibt und nicht selbst einen Rückzieher macht. Am 10. Juli geht die Venus ins Zeichen Jungfrau und bildet dann für knapp vier Wochen sehr vorteilhafte Aspekte zu eurem Sternzeichen. Und weil auch der Glücksplanet Jupiter und der Neptun günstig stehen, kann es in vielen Punkten, die zunächst strittig scheinen, durchaus ein Happy End geben und das gilt bis zum 7. August. Die Venus hilft euch dabei, auch in emotionalen Momenten die Fassung zu bewahren. Denn rund um den Neumond am 13. Juli kann es zu einer Prüfungssituation für eure Partnerschaft kommen. Der Neumond im Krebs fällt hier in euer Partnerhaus und verbindet sich mit Pluto und auch Lilith, die beide bei euch im Zeichen stehen. Und da kann es um alles oder nichts gehen. Die Konstellationen geben Hinweise darauf, dass es nötig wird, sich von etwas Alten zu trennen. Und das können auch Gefühle von Schuld, Verletzung oder auch alter Groll sein, von denen ihr loslassen solltet, um Platz für einen Neuanfang zu schaffen. Deswegen ist das Thema eurer Neumond-Meditation die Partnerschaft. Wie soll sie aussehen? Wie soll es weitergehen? Seid ihr bereit, zum Wohl eurer Partnerschaft alte, ungute Gefühle loszulassen oder tragt ihr jemandem etwas nach? Dabei lassen sich nicht alle Partnerschaftsfragen nur mit der Vernunft lösen und mit dem Kopf. Ihr müsst schon auch auf euer Bauchgefühl achten und solltet zum Beispiel nicht aus rein praktischen Gründen an einer Partnerschaft festhalten, die euch vielleicht gefühlsmäßig gegen den Strich geht. Denn auch das ist der Neumond im Partnerhaus. Manchmal muss man etwas Altes beenden, um etwas Neues beginnen zu können. Am günstigsten sind die Konstellationen in dieser Zeit für die Steinbockgeborenen der ersten Dekade. Da ist es wahrscheinlich, dass eine bestehende Beziehung gute neue Impulse bekommt, ohne dass sie dadurch gleich in Frage gestellt wird. Oder wenn ihr noch Single seid, könnt ihr eine spannende neue Romanze anfangen, die das Potenzial für eine langfristige interessante Verbindung hat. Auch eine neue Urlaubsliebe kann sich zu etwas Ernsthaften entwickeln. Und dieser günstige Aspekt hält an bis September. Natürlich ist es auch möglich, dass ihr in eurem Horoskop beide Einflüsse gleichzeitig empfangt und hin und her gerissen seid. Dann lohnt sich wirklich eine persönliche Beratung oder schaut zumindest mal bei meinem Webinar Antonias Sterne vorbei. Am 22. Juli abends um 23 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Löwe und dann aktiviert sie für die kommenden vier Wochen den Bereich eurer Verpflichtungen und Verbindlichkeiten. Und da geht es darum, sich tiefer einzulassen und zu dem zu stehen, was man zugesagt hat. Wenn ihr fest liiert oder verheiratet seid, solltet ihr eurem Schatz und eurer Verbindung besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Denn hier baut sich eine ziemliche kosmische Spannung auf. Am 26. wird der Merkur rückläufig und das kann zu Missverständnissen bei euren Absprachen führen. Am 27. haben wir eine totale Mondfinsternis in den Zeichen Löwe und Wassermann und die fällt auf die Werteachse eures Horoskops. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, diesen Monat wird es wohl so einige Diskussionen um eure gemeinsamen Werte geben, wenn ihr gemeinsame finanzielle Verantwortung oder eine Familie habt. Die Mondfinsternis verbindet sich hier mit dem Mars und ist deshalb emotional sehr heikel. Man reagiert schnell persönlich getroffen und in eurem Fall vor allem dann, wenn es um Geld und Wertefragen geht. Wenn da Klärungsbedarf herrscht, versucht ganz sachlich zu bleiben. Die Konstellation steht auch in Spannung zu Uranus und der steht hier im fünften Haus der Lebensfreude und deswegen kann das auch bedeuten, dass ihr zum Beispiel zu viel Geld für Spaß und Hobbys und Vergnügen ausgebt und euch darüber vielleicht mit eurem Partner in die Haare geratet. Der rückläufige Mars im Geldhaus deutet an, dass Absprachen über das Finanzielle nicht eingehalten werden und zum Beispiel einer spontan mehr Geld ausgibt, als vereinbart war. Weil ihr gleichzeitig sehr schöne Urlaubs- und Reisesterne habt, kann es auch sein, dass euer Urlaubsbudget die Kasse sprengt. Es ist sehr wichtig, dass ihr rund um die Mondfinsternis keine emotionalen Streitigkeiten anfangt. Es kann drei Monate dauern, ehe man etwas, was man im Zorn gesagt hat, anschließend wieder in Ordnung bringen kann. Zum Glück sorgen die übrigen Aspekte dafür, dass ihr in Gesprächen Empathie und Feingefühl aufbringen könnt. Auch gute Freunde stehen euch mit Rat und Hilfe zur Seite, wenn es heikel werden sollte. Das waren eure Konstellationen im Juli. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichenhoroskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gerne für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir dann eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Da können wir zum Beispiel auch schauen, wie die beiden Finsternisse im Juli in eurem Horoskop wirken. Danach mache ich mit dem Webinar Sommerpause und es geht dann im September wieder weiter. Ich bin ganz stolz, dass mein Buch über Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, jetzt in der dritten Auflage erschienen ist. Neu und aktualisiert als Taschenbuch. Deshalb verlose ich diesmal eins der Bücher. Natürlich mit persönlicher Widmung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Da geht es um Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Und Ende Juli gibt es ein neues Special über Lilith im Wassermann. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.